Ehrgeiz und Konkurrenzdenken sind eine verbreitete Ursache für Unzufriedenheit. Vom Ehrgeiz getrieben wird ein Schulkind nicht eher zufrieden sein, bis es Klassenbester ist, und ein Geschäftsmann, bis er sein Vermögen gemacht hat. Es leuchtet ein, dass nicht jeder der Erste sein kann. Wenn einer gewinnen soll, müssen die anderen verlieren. Doch selbst der Sieger ist meistens nicht lange zufrieden. Sein Ehrgeiz treibt ihn weiter, bis auch er zum Verlierer wird, ausgebrannt oder tot ist. Ein weiterer Grund dafür, warum es uns oft nicht gelingt, all unsere Wünsche zu befriedigen, liegt darin, dass sie oft widersprüchlich sind. So könnten wir uns zum Beispiel weltlichen Erfolg und ein einfaches Leben wünschen, Ruhm und eine ungestörte Privatsphäre, gutes Essen und einen schlanken Körper, Aufregung und Sicherheit. Wir wollen immer unseren eigenen Kopf durchsetzen und erwarten trotzdem, bei allen beliebt zu sein. Wir möchten spirituelle Verwirklichung erlangen und begehren trotzdem Ruhm und Geld. Oft beziehen wir auch andere Menschen in unsere Wünsche ein, was zur Ursache besonderer Probleme wird. Viele Beziehungen zerbrechen an den unrealistischen Erwartungen und Wünschen der Partner. Wir wünschen uns Vollkommenheit, die perfekte Gesellschaft, das perfekte Heim, den perfekten Partner. Doch Vollkommenheit lässt sich in Samsara, dieser Welt der ständigen Veränderung, in der wir leben, nicht finden. Samsara macht uns große Versprechungen, doch kann es uns niemals die Zufriedenheit geben, die wir uns wünschen. Unreine, vergängliche Objekte können uns nicht diese dauerhafte Freude geben, nach der wir eigentlich suchen. Diese Freude finden wir nur, wenn wir unseren Geist gründlich von allen Verdunkelungen befreien. Zwar ist Unwissenheit die Hauptursache für unser Leiden, doch unser weltliches Verlangen ist der Brennstoff, der die Feuer des Samsara nicht erlöschen lässt. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass wir unsere weltlichen Wünsche verringern, indem wir ihre Schattenseiten erkennen.